Shalabhasana, die Heuschrecke, einer der zwölf Grundstellungen der Yoga-Vidya-Reihe. Vishnu Brema zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Bauchentspannungslage, auch genannt Advasana. Von hier ausgehend, gib die Arme unter den Körper, Ellbogen so nah wie möglich zusammen und hebe die Beine hoch. Das ist Shalabhasana, die Heuschrecke. Die Heuschrecke ist etwas leichter, wenn du die Beine auseinanderhältst. In der Grundstellung wären die Beine zusammen und die Knie gestreckt. Shalabhasana gehört in den Rahmen der Grundstellungen zwischen Bhujangasana und Danurasana, also zwischen Kobra und Bogen. Shalabhasana stärkt die Armmuskeln, stärkt die unteren Rückenmuskeln und auch Gesäßmuskeln. Shalabhasana ist auch gut für die Willenskraft. Dann muss ich etwas überwinden, wenn man sie länger hält. Shalabhasana aktiviert auch besonders Vishuddha Chakra. Gerade wer Rückenprobleme hat, sollte seine unteren Rückenmuskeln stärken. Und dazu kann Shalabhasana gut dienen. Auf unseren Yoga-Vidya-Seiten findest du sehr viele Variationen der Heuschrecke. Schaue einfach nach in der Yoga-Vidya-App oder auf www.yoga-vidya.de und suche nach Heuschrecker oder Shalabhasana.